Vielleicht wegen denen. Wo kam der jetzt her? Zombie-Wächter? Auf einmal höre ich so Plitsche-Platsche-Geräusche von rechts und dann kommt da jetzt ein Fisch, ein Murlock auf mich zu gerammelt und plötzlich sehe ich dieses tote Gesicht. So sehr will ich schon lange nicht mehr erschreckt, Leute. Zombie-Wächter. Stimmt doch endlich. Fall nicht um. Das ist schon wieder so ein Plitsche-Platsche-Geräusch. Wie viel hält dieser Zombie aus? Alles, was die drei nicht ausgehalten haben, hat der zu viel ausgehalten. Leute, ich habe mich ganz schön erschreckt. Ich habe mich hier oben noch räumt, weil daneben... Ah, da ist der. Okay, dann reparieren wir kurz und dann kommt das alles in den Skelett, was wir zu viel haben. Das Skelett. Oh, war eh nur das Claymore der Skelett. Das ist doch ein Fall. Ja. Wo kam der her? Ich dachte, wir hätten da oben schon alles angesehen. Oder hat er uns etwa durch die eine Tür entdeckt und ist dann aus Versehen auf den Druckschalter gegangen oder was? Okay, das ist bei ihm drin. Da haben die Untoten, haben die ganzen Goblins getötet. Sogar den Schamanen haben sie getötet. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sowas haben. Bleibt also hier. Dann lege ich lieber dafür die deodorische Kriegsachst ab. Die Goblins scheinen wirklich friedlich gewesen zu sein. Sie haben nur gefischt. Okay. Hier scheint es nicht weiter zu gehen. Wo kam der jetzt her? Da drüben gibt es ja noch... Ah, und da ist plötzlich die Tür offen. Von da kam er also her. Okay. Gehen wir da rein. Äh, wo geht das auf? Naja. Ins Knie sofort tot. Ins Knie sofort tot. Scheiße auf Kopf. Das Knie ist effektiv. Warum haben die nicht gegen das Skelett gekämpft? Der hat uns geschlagen, Leute. Todesstrafe. Zum Glück ist er schon tot. So, ich glaube, wir haben einen Elfen-Claimer bekommen. Da weiß ich auch nicht, ob wir das schon haben. Einfach weg mit der deodorischen Scheitdachs. Mal sehen, ob ich ihn töten kann, bevor die bei uns, äh, hier sind. Nein. Schade. So, das Silber-Claimer kann aber weg. So, das Silber-Claimer kann aber weg. Oh, das war sogar ein Bogenschütze. Oh, das war sogar ein Bogenschütze. Okay, das geht schon wieder. Jetzt geht es nicht mehr. Einen Beinschen weiß ich gar nicht, ob wir haben. Aber wir haben hier eh noch ein paar Sachen zum Ecklegen. Schon geht's wieder. So, kann alles weg. Zwei brauche ich nicht. So. Könnte ein Schamane sein. Ein sehr einfacher Schamane. Oh, aber die Truhe ist sehr schwer. Also offenbar ist das ein Dungeon für Anfänger. Aber trotzdem ist die Truhe sehr schwer verschlossen. Super. Super. Der Fünnstreitachs brauche ich auch nur einmal. Schon wieder ein paar Schlachtfische. Super. So, hier komme ich jetzt durch. Bin jetzt da. Und habe jetzt wahrscheinlich das hier aufgemacht. Das ist ja wenn nur. Und da komme ich dann wahrscheinlich hier so wieder zurück. Garantiert. Also gehen wir da mal hin. Japp, jetzt ist er offen. Selber nur. Wir warten mal ab, Leute. Oder helfen wir den Goblins. Nein, wir warten ab. Ich glaube, er hat die Skelette gewonnen. Oh, ein Goblin ist schon tot. Zwei Goblins tot. Nur noch der Schamane. Und der Schamane ist auch tot. Ich weiß leider nicht, wer von denen da, der echt ist. Aber egal. Sie sind alle tot. Zu dem Säten komme ich leider nicht hin. Na gut. Ach egal, legen wir sie weg. So, der Bogen kann weg. Elfen kurzschwert haben wir. Das weiß ich. Kann also weg. Passt. Die waren alle drei? Echt? Okay. Skelett-Champion. Skelett-Held. Und nochmal Skelett-Held. Die Elfen-Kriegs-Axt bin ich mir... Oh, verdammt. Haben wir die Kriegs-Axt oder die Streit-Axt? Legen wir einfach den da ab. Dann passt das schon. Der Bogen kann weg. Streitkolben kann weg. Noch ein Streitkolben, der weg kann. Und super. Okay. Ein Welkönstein. Da würde es weiter gehen. Und ein Walerstein. Da würde es aber auch weiter gehen. Okay, da kommen wir wieder her. Das heißt, es geht da entlang. Ah, ein Zombie. Hm. Da würde es runter gehen. Oh. Da haben wir was gefunden. Hier auch. Ah, auch hier kämpfen die Goblins. Eine Kassette. Eine Kassette. Eilat-Kassette, die schwer verschlossen ist. Was da wohl drin ist? Ah, hauptsächlich. Schriftrollen. Der beschwört nichts. Dann ist es wohl ein Held. Ich glaube, die Goblins sind schon tot. Sieht es ja danach aus. Na? Schubst du mich nicht weg? Das war's mit ihnen. Schubst du mich nicht weg? Schon wieder sehr schwer, Leute. Zwei kopflose Zombies. Zwei kopflose Zombies. Lassen wir den Goblin noch ein bisschen leben. Das öffnet uns oben vielleicht eine Tür. Vielleicht hilft er uns, der Goblin. Ah, wieder ein Held. Und jetzt sind wir mit ihm im Kampf. Tut mir leid. Da unten sind wir überladen, Leute. Ist echt richtig blöd. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Mist. Hm. Ah, hier noch ein eiserner Bogen. Oh, da liegt noch ein Pfeil.